Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 4 und ich bin der König von Los Santos und der Präsident und der Clan Leader der Zombie Cowboys, der mächtigste Boss überhaupt. Er zittert vor mir. Ich habe heute ein Video, was ich einem YouTuber widme, der sich Nilpferd nennt und er denkt natürlich, er wäre der King auf YouTube. Aber dieses Nilpferd auf YouTube, das muss ich euch erzählen, ist der größte Lappen, den es gibt im ganzen Universum. Ja, der Name Nilpferd auf YouTube zu verwenden ist ja eigentlich schon ein, ich würde mal sagen, das darf man schon als Armutszeugnis bezeichnen von einem, ja, Menschen. Es ist auf jeden Fall ein ganz tiefes Armutszeugnis, dich zu nennen wie deine Mutter, weil deine Mutter wird dir wahrscheinlich Nilpferd genannt. Nein, ich wahrscheinlich, deine Mutter wird Nilpferd genannt. So, es wird gar nicht widersprochen. Hier wird nicht mehr widersprochen. Mein Wort ist Gesetz und das, was ich sage, ist heilig. So. Die Polizisten verfolgen uns wieder, diese Ratten. So. Wir machen heute eine Challenge. So, es geht's weiter. Dieser Nilpferd versucht mich zu beleidigen, mich zu haten, mich fertig zu machen. Eines der mächtigsten Clan-Boss, der mächtigste Clan-Boss überhaupt? Mich fertig zu machen? Hast du Ich bin echt ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich bin wirklich ein bisschen sprachlos. Mich fertig zu machen, das hat noch nie einer geschafft. Das hat selbst die Armee von Montana Black 88 nicht geschafft. Und du, Nilpferd, du bist ein Lauch auf YouTube. Du bist ein Niemand. Du bist neidisch auf mein Reichtum in GTA. Du bist neidisch auf meine Abonnenten. Du bist neidisch auf meine Klicks. Und du bist neidisch auf meine Frauen, die ich in GTA besitze. Das ist es. Was ich sagen wollte. So. Und nun haben wir ein Flugzeug. Eine alte Cessna. Und weil Nilpferd immer hier auf YouTube mich versucht fertig zu machen, lade ich als Gegenmaßnahme ein, offiziell, dass ich 60 neue YouTube-Videos hochlade. Für jedes Hater-Kommentar von Nilpferd werden 60 neue Videos hochgeladen. Oh, fuck! Ein Ungläubiger hat mich getötet. Au, ha, quah! So. Mir ist das egal. Meine Meinung habe ich offiziell hier gesagt. Ähm, wenn ihr ihn seht, diesen Nilpferd auf YouTube ignorieren, gar nicht beachten, weil er ist es ja nicht wert. Er ist nichts wert, Nilpferd. Nilpferd ist ein Niemand. Das ist wichtig, dass ihr das wisst. Und, Nilpferd, diese Kills in GTA, die hast du zu verantworten. Und zwar diese Kills hier. Schaut an! Diese Kills, diese Wanderer. Alle tot. Ach, nee. Wartet. So. Nilpferd. Das ist für deine Hater-Kommentare. Perfekt, ihr Schweine und Fans. In GTA ändert sich nun was. Der Präsident ist hier. So. Ich sage auf jeden Fall tschau, Leute. Bis zum nächsten Mal. Eutogans.com auf der Playstation 4 und keine liebe Grüße an Nilpferd. Alles Schlechte und alles Böse. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschau. Perfekt. Ich bin mächtig.